Man muss jetzt dazu sagen, die Frauen, also die drei Frauen oder die vier Frauen, die ich jetzt in meinem Leben hatte, das sind alles komplett unterschiedliche Typen gewesen. Ich habe eine, die ist total liebevoll gewesen und war total verschmust und alles und eine andere ist richtig hardcore drauf gewesen. Die stand auch so richtig auf Kontrollspielchen und Machtspielchen und alles und hat halt wieder einen anderen Typ gehabt. Und deswegen habe ich in der Hinsicht schon ein bisschen Erfahrung, was wahrscheinlich mehr Erfahrung ist, was viele andere haben.